In diesem Video zeige ich dir, wie du bei Snapchat deine Story unsichtbar machen kannst, und zwar für gewisse Leute. Denn wenn du hier normalerweise ein Foto reinpostest, dann wird es jeder deiner Kontakte sehen können. Und zwar für ganze 24 Stunden lang und begrenzt oft. Das wird hier auch einmal angezeigt, wenn man versucht, eine Story zu posten. Um jetzt festzulegen, wer deine Story sehen kann und wer nicht, musst du also einmal zurück in die Einstellungen. Also einmal in die Einstellungen und runterscrollen, bis du siehst, meine Story anschauen. Hier kannst du auswählen, wer deine Story sehen kann. Wenn du auf Benutzer definiert gehst, dann kannst du hier auswählen, welcher deiner Freunde die Story nicht sehen soll. Und so einfach kannst du die Story vor bestimmten Leuten verbergen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst.